Aber die Videos sind echt hammer. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Pferde verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Sylvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herr in der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. Oh mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht und ich erhöhe euch. Ich bringe uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung, kurz auf die Nebelbank. Die Segel, wir haben kein Wind. Wir laufen voll Wasser. Die Segel, wir laufen voll Wasser. Willkommen. Wie sieht denn das von einer Ali-Sicht aus? Stimmen die dann? Gucken wir mal. Battle of Azeroth. Das neue Gebiet. Oh, Zehner. Hallo, meine Kleine. Hast du mich vermisst?